Stimmt, hier waren wir ja zuletzt schon mal hin, warum stimmt das? Au! Das erste war so jung. Alter, seid ihr laut auf meinem Ohr, ey. Vor allen Dingen, ich bin schon fast wieder tot, wo ist denn, ach hier. Ich war gerade relativ laut, tatsächlich, ja. Nee, 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 ich kann euch ja ein bisschen runterregulieren, alles gut. Du, Mi, stapel mal bitte Container auf mein Schild, so viele wie du kannst, so dass es stehen bleibt im Idealfall. Das wird ein bisschen Balanceakt, was willst du denn da machen? Es gibt ein Achievement. Das geht aber nicht, wenn Felix dagegen hüpft. Was ist ein Achievement? Du musst drei nehmen, ja. Es gibt ein Achievement, wenn wir vier Stück auf dir stapeln. Ich hab drei. Oder zwei und einer muss oben drauf sich stellen oder sowas. Aber jetzt rutscht es hier rüber, jetzt ist es nicht mehr auf dir, sondern auf deinem Ding. Du musst weiter nach links. Ich wollte, aber es geht nicht. Ich bin gerade gestorben. Das ist ja relativ schwierig, wie ich das so sehe. Das passiert gerade niemanden, Felix. Wir sind ja im Balancieren. Hier ist halt Licht, weil da oben Luft ist, gell? Das rutscht auch. Das rutscht auch zur Seite, wenn du nur eins auf mich stehst. Du müsstest halt irgendwo hin, wo keine Luft ist. Was? Kann ich das nie, wenn du... Nicht hier. Da oben ist Luft. Guck mal, guck mal. Lass uns das an einer anderen Stelle machen. Au. Okay, vielleicht da. Ja, warte, warte, warte. Jetzt geht es nicht mehr, weil Felix drauf steht. Wir reparieren mal, Lumi. Wie ich euch lieb habe, ey. Im Norden. Es gibt übrigens auch ein Achievement, wenn ich drei von Felix Pfeil empfange. Wie ich rumglitsche, wenn du die Sachen auf mich drauf stellst. Das ist ja interessant. Das ist echt scheiße hier an der Stelle wegen den Luftdingern. Lass uns das woanders machen. Meinst du, das sind wirklich die Luftdinger? Ja, ich... Bleib daran hängen. Ach so. Alles klar, dann geht es rein. Schauen wollen sie. Wie fangen, Benni? Wenn du auf mein Schild drei Pfeile schießt, müsste es auch ein Schiff mitgeben. Ach, fuck. Ich weiß nicht, ob es drei ineinander sein müssen. Vielleicht normale Pfeile und keine Feuerpfeile. Wir sind nicht bei Felix immer Explosivpfeile inzwischen. Ja. Vielleicht geht es auch nur um Singleplayer. Ja. Dann wäre es aber ziemlich schwierig. Pfeile in die Luft schießen und mit dem Schild fangen. Oder? Also das im Achievement steht halt, man soll drei Pfeile in die Luft schießen und fangen. Mit dem Schild. Dann ist es genau das. Vielleicht oder so hier? Ich weiß auch nicht, ob... Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob das für ein Multiplayer überhaupt geht. Ich wollte mal testen. Und das andere mit dem aufeinander stapeln geht ja eigentlich nur um Multiplayer. Wir müssen das im Singleplayer machen. Das geht einfach nicht. Ne, im Singleplayer geht es nicht. Wir brauchen deinen tollen Schild. Wir müssen da hoch, ne? Der ist auch noch hoch. Der ist auch noch hoch. Der war da nicht irgendwie hoch? Der war doch hoch. Der war doch hoch. Der war doch hoch. Der war doch sowieso da hoch. Da oben ist bloß auch was zum rüberziehen. Nein! Gut, was ist da? Hier sollst du ein Gegendrücken. Was bin ich dort? Ich hab mich selbst gekreißsägt. Meine überdeckere... Wir brauchen dich, Lumi, hier, glaub ich. Du musst da, glaub ich, Sachen reinstapeln, damit das nicht mehr durchgeht. Und zersägt wird. Ah nein, wenn du da Gegendrückst, kommt was Neues raus, ne? Ja. Ich denk, wir wollten da jetzt hoch. Wir müssen hier rechts hoch, glaub ich. Ja, nie da ganz oben wegen nem Zeug. Ja, das auch. Da müssen wir auch hoch. Deswegen wollte ich da eigentlich so ne Brücke hinbauen, dass wir hier irgendwie so hier oben drauf. Genau. Boah. So. Wir sind uns eingesperrt, Felix. Oh, ich mir rübergefallen. Ne, ich bin tot. Du warst da eingesperrt. Wir müssen hier rechts oben zu dem... Achtung, da ist ne Pflanze! Wir müssen hier rechts oben zu dem... zu dem Ding ist da... Ja genau, da muss man hin. Ah, verstehe. Aber hier ist irgendwie was... Guck mal hier... Also Fuß ist direkt zurück. Wir müssen... Wir müssen vor allen Dingen an den... das Scheil auch kaputt machen dort. Hm. Ähm. Warte mal. Ach, ne. Also die... An die Luftfrauen komm ich nicht drauf. Versägt dich nicht. Ich glaub, es hilft nicht, was du grad da tust. Ah, warte mal! Ähm. Ich denke, du musst... Tatsächlich hier durch. Das wird's trotzdem rumpusten, oder? Versuch's. Gern mal. Das wird trotzdem... Ah. Das ist halt dabei runtergedreht. Ja, es tut mir leid. Sag mal. Ich wollte eigentlich die Pflanze da verlangsamen. Also ich kann's zumindest wegmachen, was mal von unten dran ist. Dann war die Pflanze zu langsam. Wenn ich nicht tot bin. Wenn ich nicht tot bin. Jetzt kommen wir halt davon, wenn die Pflanze plötzlich langsam ist. Äh. Jo. Oh, das geht nicht kaputt, finde ich das hier. Hammer und die spiegeln gar nicht mehr. Interessant. Äh. Irgendwie... 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 Ich glaube, das wirst du nicht getroffen. Ich hab die ganze Zeit hier geblockt. Mir geht jetzt der Felix bitte mal hier drüber, bevor ich sterbe. Ach. Schade. Jetzt. Kannst du nicht einfach auch was einklemmen, damit du nicht nach links rutscht? Nein, weil das alles für Fleisch tört von dem Ding. Bin zu unf... Einfach, du musst es an dem Ding davor einklemmen. Ja, aber da sind doch... Es schiebt sich doch durch. Meine Sachen sind doch zu klein. Die halten doch nicht unten drunter. Hast du hier das ein großes... Tolle Brett hier befestigt? Großes Ding zu klein ist. Boah, ich kann's versuchen. Ups. Ich kann in der Area gar nicht... Okay, da ist jetzt... Weil da auch ein Zeug ist. Logisch kann man da nicht bauen. Guck mal, jetzt hängst es doch so da fest. Jetzt kommen wir nur da hoch. Äh, warte. Soll ich das erstmal da kaputt machen, oder? Also du siehst es sogar... Hier, du musst gar nicht direkt drunter, Lumi. Du musst Scherzkeks. Die dann musst du auf jeden Fall hier kaputt machen. Wie kommt der jetzt unten rein? Ja, jetzt piept sich das halt wieder weg, ne? Das ist halt... Oh, das da unten klemmt aber gut gerade. Na ja. Das ist doch schon... Das ist doch schon... Wie komm ich jetzt drüber? Oh. So. Ja, so geht's so. Hahaha. Jetzt musst du, Lumi, das Ding hier, glaub ich, in den Propeller rübertragen. Ach, den Propeller? Wozu kommen wir denn in den Propeller? Weil wir fliegen wollen. Ach so stimmt. Hast du das vergessen? Ach so, stimmt. Ja. Ich hab's tatsächlich vergessen. Aber ich komm... Ach, ich komm rüber. Ach, du kommst da rüber. Jetzt musst du in den Propeller da oben dran. Ja, war ja mal auf schlechtem Niveau im Moment. Oh, wir dran poppen. Pop it. Ja, 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 ja. Pop it like it's hard. Pop it like it's hard. So, muss der zweite? Links vielleicht irgendwo? Wir hatten letztens schon eins. Das fangt nicht, wer das hat. Ich hab's garantiert nicht einstecken. Vielleicht müssen wir hier irgendwie weiter nach oben. Da oben geht's noch. Auf dem links ist es nicht. Links oben geht's noch hoch. Hier so. Would be my guess. Da links oben. Nein. Ja, der... Hast du eventuell das Falsche gepappt? Du musstest vielleicht noch auf das linke Pappen, dann wird das noch hochkommen. Nein, warum geht das immer nicht hier hoch zu kommen? Welche Runde fahren, wenn ich da hochkomme? Oh, warte mal, hier rollt irgendwas. Aber da oben. Da, hier so hoch. Da, da, da. Naja, wenn wir die beiden Propeller haben, dann können wir dann das nach oben gleiten, aber ich bin ja gerade auf dem Propeller drauf. Wo ist denn der zweite Propeller? Wo ist denn der zweite Propeller? Wie kommst du denn auf die Propeller drauf? Kommst du nur auf die Luftsachen drauf, aber wo ist der zweite Propeller? Ich bin ja gerade hier auf den... Ne, das geht nicht, der tut dir doch weh. Oder? Ja. Oh, der zweite Propeller. Ich bin verwirrt. Wir hatten letztens schon einen, der lag einfach hier rum. Irgendwo. Ich klitsche. Da kann hier nochmal zurückgehen. Aber ich glaube, da drüben ist es nicht. Wir können doch jetzt hinsprinten. Krase bocken. Wir machen mal relativ weit zurück, ne? Weil hier war das zum Rumfliegen. Komische Wind-Ding. Hier ist, glaube ich, nix Propeller-mäßiges, tatsächlich. Natürlich. Kommst du aber nicht so weit hoch, also... Doch nicht. Da hab ich gedacht links hoch, aber da kommt man scheinbar nicht hoch, ne? Na. Wo ist das? Das... Zweite Ding. Wir müssen uns auch nochmal abnehmen auf die andere Seite sitzen. Falls uns das irgendwie hilft, da hochzukommen. Ne. Ja, ich komm doch trotzdem nicht hoch. Hier ist nix. Also, man kommt aber nie weiter hoch mit diesen Luftdingen und so. Ach, komm schon, Lumi. Der war nicht nur gländig. Ich hab extra hochgehalten. Das ist extra der Moment, der so... So tun bin ich nicht. Ich hab nen dicken Bauch. Du hast nen dicken Babbel. Ich will hier nicht irgendwie nach oben. Ja, das kann durchkommen, ne? Hier so, da holst du das Brett klickt. Da hätt' ich nicht. Da hab ich jetzt gedacht, komm wir gleich mal irgendwie rein. Blöde Frage. Aber warum packst du noch nicht hier, wo ich jetzt stehe? Einfach mal ein größeres Viereckchen. Damit ich hier hoch springen kann. Ich muss nur, dass das drin ist. Das muss nur stehen. Wolltest du da ein Viereck haben? Ja. Willst du auch da ein Viereckchen? Da. Wollte ich haben, damit ich hier rüberspringen kann, damit ich hier hoch komme. Und hier geht keine Kamera hoch. Von daher gehe ich davon aus, wir brauchen hier was anderes. Sind wir irgendwie gerade komplett blind? Ja, irgendwie schon, ne? Da ist einer! Ich hab ihn! Lol, wie blind wir sind! Der lag einfach auf dem Boden rum. Der lag einfach auf dem Boden hier rum im Eingang. Okay. Nett. Mussten noch drehen. Ja, andersrum. Ja, 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 ja! Ich hab unseren Propeller gefunden, ja? Jetzt verkauft mich nicht für dumm. Flup! So, und jetzt können wir doch hier irgendwie, wir können das Ding aktivieren? Und wir heben, glaube ich, ab. Oh, ja, alle draufstehen. Okay. Geil! Fliegen! Wollt ihr was? Ich höre was, ja. 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 Boah, da wird mir schon schön zusehen kalt. Wenn ich quitsche da oben rum. Boah. Boah. Während die Helden zu den Wolkeninseln flogen, sorgten die Koboldschergen sich wegen eines rätselhaften Lichtscheins, der plötzlich aus dem Nichts erschienen war. Er umgab die entführte Margaret wie das Licht des alten Weibs, das in den alten Koboldlegenden auf die Erde kommt, um ungezogene Kobolde zu züchtigen. Sieht aus, widersprechende Hut. Äh, Chris, in dem Moment, wo die nicht funktioniert, können wir nicht abheben, sterben nicht. Mein König, wenn es uns nun tötet. Nur ein Trick, vergesst es. Und die Maschine, sie ist bereit. Wird die Stadtmauer durchbrechen und die Burg. Gut. Nichts kann uns jetzt mehr aufhalten. Hättet ihr nur mich fliegen lassen? Wie kommen wir jetzt wieder nach unten? Darum kümmern wir uns, wenn die Kobolde besiegt sind. Frisch ans Werk. Ui, hübsch. Tod durch Propeller. Und ihr glaubt wirklich, dass wir Twine heute noch schaffen? Hier gibt's keinen Menschen. Ich denke, es ist der letzte Level tatsächlich. Tschüss, Felix. Gut gemacht, Felix. Vielleicht gäb's dafür auch nicht. Äh, äh. Ah, fuck. Kann ich aber zuhauen? Ja, kann ich zuhauen. Oh, ist das eine schöne Gute. Felix, hier gibt's, äh Quatsch, Chris, hier gibt's kein Menschen geschnetzeltes. Gibt's bestimmt hier was zum Tauchen. Ah. Die können Sachen einsammeln. Hier rechts unten sieht's aus, so kann man da irgendwas aufschlagen. Moment. Das musst du machen. Ja, schon gemacht. Ja, macht das schon. Oh Gott, wenn sie so säglich irgendwas auf Urlaub, ich muss auch nicht. Das ist... Sie zieht's einfach weg! Sie zieht's einfach weg! Ich wollte's so machen, dass es sich runterfällt. Ja, tu's hin. Ihr wartet halt auch nie, bis ich fertig bin mit den Sachen, die ich plane, ne? Sondern ihr... Was heißt? Ich wollte zuhalten, dass ich selber auch drauf springen kann und nicht nur du. Sei mal nicht so, danke. Was heißt hier, ihr? Du auch. Ich steh noch hier drüben. Du im... Ihr fangt meinen Hammer. Ey, nee. Ey, ich hab extra nichts kaputt gemacht mit dem Hammer. Ja, aber geh mal von dem Ding da runter. Warum? Naja, wir können ja sonst nicht rüber oder wie soll ich mich da rüber springen. Lumi will das doch so haben, das soll doch gar nicht mehr woanders. Willst du noch ein bisschen rüber machen, dann kannst du uns hinten blockieren, dann schützt es nicht ab. So... Moment, jetzt fäll' ich hinten drauf. Ich mag's doch nicht so hinten. Rauf, rauf. Ich kann's nicht mehr. Läuft doch. Alle können springen, oder Zauberer? Ja. Vor allen Dingen, ich hab jetzt schon dieses Feld aktiviert, du brauchst bloß noch drauf hüpfen. Moment. Ich hab'n zu kurze Spring-Range, mein. Mach doch das lange Brett so wie vorher. Jaaa. So. Und jetzt einfach so lassen. Wuiiii, Lumi hat's geschafft. Oh, guck mal. Oh, du kannst's bewegen. Ich kann ganze Inseln runterziehen. Hallo, kann ich dich schrettern? Kann ich dich schrettern? Oh, mach. Aber ich glaub, du musst doch wieder hochziehen, oder? Ich glaub, da kann nur einer draufstehen, tatsächlich. Lumi, fliegt sogar nach oben, ohne da jemand drauf. Kann ich ihn schrettern? Ich möchte den schrettern. Steht mal sicherheitshalber neben Lumi direkt, wegen Schredder-Alarm. Sorry. Ist da übrigens links... Ist da links oben vielleicht noch irgendwas? Ist da links oben vielleicht noch irgendwas, wenn die fliegende Dingens da so komisch hinfliegt? Au, au. Die fliegende Dingens da so komisch rumfliegt. Da. Schrettern, schrettern, schrettern. Da. 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 Kannst du das hochschieben, wenn ich da noch draufstehe? Hm, nicht so wirklich, ne. Hm, das ist doof. Aber wenn du springst, kann ich's schieben. Kannst du das mir nicht mehr zeigen? Aber ich glaub, hier links ist tatsächlich nix mehr. Jo, nix mehr. Menschen-Geschnetzeltes. Ja, ne, Lumi macht grad Menschen-Geschnetzeltes. Die, die ist bei Chris dabei. Passt auf, wenn der Stromschlag euch erwischt, dann seid ihr fällig. Ich hab das gedacht. Im glücklichen Leben auch. Ähm. Sorry. Irgendwie hab ich das System noch nicht ganz durchschaut von diesen Dingern. Ich schon. Wie ist drüben? Guck mal, Lumi. Ja, weil ich deins lenke, glaub ich. Ne, machst du nicht. Sonst würd sie die Arme heben. Spring! Ich hab mich schon gebrochen! Da oben ist übrigens noch was, ne? Ähm. Da ist noch ganz anderes Zeug. Wir haben ein Problem. Ja, ja. Aber Lumi ist jetzt ja tot. Na gut, die würde nur Energie einsperren. Alter, der hat irgendeine Zauberkraft. Jupp. Hab ich auch gemerkt. Jetzt nicht mehr. Ich hätte mir doch Schokolade kaufen sollen. Ich hab noch nicht mal Abendrot gegessen. Jetzt weinen nicht. Ich hab zugenommen und ich bin jetzt... Wir haben aber eine Kugel haben wir vergessen. Ja. Woran ließ denn das? Achso, weil da oben noch was war. Wir können auch zurückgehen. Was war das? Eine Blitzwolke? Die Helden mussten aufpassen, nicht geröstet zu werden. Jetzt sagen die das mit dem Rösten. Huch. Aue. Mit Köpfchen arbeiten, Leute. Ja, bleibt einfach drunter stehen. Das passt schon. Da oben. Da oben. Oh, da brauche ich aber noch einen Stapel hier. Sonst komme ich da nicht hin. Ich sehe nichts, weil meine Kamera nicht mitkommt. Meine hat es jetzt gemacht. Wenn ihr da steht... Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ja, Moment. Perfekt. Aaaaah. Also mein Leben. Ich kann einfach fliegen. Ich spott einfach, bis ihr die Pommel ab seid. Das ist immer noch Kampfesmusik, gell? Das heißt, irgendwo wird hier gekämpft. Ach Quatsch, das ist einfach nur die epische Endmusik. Ich kann hier was dran kleben. Da oben ist auch noch Wasser. Ach du Kacke. Ja, ich würde doch gerne da hoch, aber... Okay, so geht's auch. Dann komme ich auch da hoch. Oh. Wir sollten glaube ich nicht ins Wasser, während der Flitz kommt wahrscheinlich. Wie bist du darauf gekommen, Benni? Ernsthaft? Weitet Wasser etwas Strom? Äh, nicht in jedem Spiel, ja. Hauptschüler staunen. Aber Lumi, kannst du das Ding in der Mitte runter ziehen? Noch ganz kurz, ich level gerade noch. Ey, hier unten ist auch noch was, ne? So, jetzt habe ich auch alle... Wenn du dich da runter traust? Alle Fähigkeiten von der... Dings... Dann schauen wir doch da. Wir müssen ja irgendwie den Strom aus... Da will man dir helfen und dann wird man so dafür belohnt. Ey, guck mal. Ich halte dich nicht hoch, ich bin zu fett. Wenn ich nicht Hilfe kriege, komme ich hier nicht hoch, ey. Du kannst die Insel einfach vom Wasser weg schieben. Hier, Lumi, komm, komm. Was auch immer. Lumi. Aber ihr müsst da oben drauf, da ist was. Ja, voll. Oder... Ne, nimm die Insel erstmal hier über dich. Da, wo du Deckung hast von dem Ding. Über das Ding. Ja. Noch weiter nach links. Ja, so. Perfekt. Jetzt ist nämlich safe hier unten. Solange Lumi hält. Wollt ihr da nicht oben drauf, um da oben die Finger zu holen? Ja. Das machen wir gleich noch. Ich hole kurz hier das Zeug im Wasser. Okay, da warte noch nicht die Kugeln. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Französisches Lumi, da laden mit Onkel Bens Reis. Ja, wow. Hallo, Mats. Herzlich willkommen. Was ist mit Onkel Bens Reis? Chris meint doch die ganze Zeit, es gibt geschnetzeltes von uns. Ah, ja. Und jetzt hat er sozusagen ein neues Rezept genommen. Lumi-Salat mit Onkel Bens Reis. Ja, nee. Ben geschnetzeltes mit Reis? Felix... Felixiöses. Mit Meis. Felixiösen Lumi-Salat. Mit Onkel Bens Reis. Jetzt drauf. Benni, was machst du da jetzt? Das ist ne gute Frage. Also, wir können hier... Ich weiß nicht, kann... Können wir ne Brücke daraus bauen? Autsch, ich hab jetzt erst den Onkel Bens, wird's verstanden. Das ist offensichtlich, der hat's jetzt erst verstanden. Ja, das hat gedauert. Felix... Kann ich dich nicht schieben? Ja, kann ich. Kann ich jetzt eigentlich irgendwann mal was anderes machen, als das Ding noch besser? Ja, ich glaub, wir haben jetzt ne Brücke gebaut. Ja, ihr müsst aber da hoch. Ach so, ja. Benni, geh mal. Dann musst du mir das hier runterziehen über mir. Ja, warte. Komm mal sonst nicht hoch. Also, entweder du oder Lumi. Du kannst es doch nicht los aus dem Lumi. Geh lieber, iss da einfach unten drauf, dann fliegt das Ding von allein hoch. Denkst du? Ja, das hat nen unglaublichen Aufbruch, das Zeug. Lumi laden mit Onkel Bens und Katzenfutter Felix. Jetzt wird selbst halt aber langsam auch von dem dummen Wort spielen. Du willst Katzenfutter essen? Ich glaub, weil Felix ja Katze hat und so. Also, ich hab die jetzt oben alle mitgenommen. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie rüberkommen. Ja, deswegen gibt's hier die Dinger, die hier... Ihr müsst auf die... Auf die Fässer. Mhm. Oder... Also, Lumi könnt das am einfachsten machen. Die nimmt ein Fass, springt da drauf, pack das andere Fass in Sprungreichweite, springt das nächste und packt das nächste Fass wieder in Sprungreichweite. Ich bin Lust auch schon kriegen. Ich helfe jetzt noch Felix. Ja, das ist ja auch gut. Aber Felix hat auch Lust auf... Auf Schock gefrostet werden. Okay, Felix ist schon gut. Ja, ich lebe wieder. Das ist ja alles gut. Aber ich komm nie rüber. Hä. Äh, Leute, ihr wisst schon, dass der Zauberer nicht alleine kennt. Huch, das ist wie... Warum ist das aus dem Bildschirm? Hilfe, ich seh nichts mehr. Ah, jetzt wieder. Okay, warte mal. Kann ich euch irgendwie rüberholen? Ich sterb hier nämlich gerade. Äh, wir sterben hier nämlich auch. Ich bin tot. Ah, der Rübe ist tot. Moment, bin ich wegen der Rübe gelaufen? Ja. Merci, Chérie. Ich hole euch mal... Jetzt stehen wir nämlich wieder vom selben Problem.